Du bist seit einem halben Jahr arbeitslos und deine Frau, die weiß von nix. Wo soll das enden, Norbert? Zehntausend Euro. Sag mal, Herbert, du ziehen die sich ganz... Moment mal, du willst strippen? Of course, Omar, wir machen so eine Stripper-Truppe auf. Ja, sicher. Dick und doof, Hüfte über die Bühne. Ich sag dir, was die da hingelegt haben, ja? Das hab ich in meiner heißen Phase besser hingewiesen. Große Lübber-Parade. Aber bitte bringe das Ereignis mit Fokus. Naja, ich... Ich fühl mich nicht so ganz wohl bei dieser ganzen Sache, Herbert. Ich hab ja keine Ahnung, ob der reicht, aber ich dachte, ich biete ihn einfach mal an. I come all the way down here for this audition. Anna Was auch, ich zum Finale würde ich meinen dicken Herbert aus der Hose honnen? Da sind wir dabei! Wie hat es Ihnen gefahren? Hat mir sehr gut gefahren, war toll. War super. Der erste Eindruck? Perfekt war es. Grandios, grandios, grandios. Voll spitze. Super spitze, ich habe es zum fünften Mal gesehen. Da sind wir wieder dabei, auf jeden Fall. War spitzenmäßig. Ausgezeichnet. Ich habe sie schon mal gesehen. Auf Rügen. Ja, war sehr schön. Wirklich toll. Ich hatte fortschaltige Wehen. War toll. War richtig cool. Richtig super. Immer wieder gerne. Könnte gerne vorbeikommen. Die müssen wir scharf machen. Ihr Tiger.